In den alten Kriegen wussten wir, gegen wen wir kämpfen. Aber heute ist der Feind unsichtbar. Sie können ganz einander destabilisieren mit einem einfachen Klick. Offiziell kann ich Sie nicht damit betrauen. Aber wenn Sie allein da rausziehen... In dem Fall bräuchte ich Hilfe. Schätze, das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich stelle ein Team zusammen und du bist die Beste auf deinem Gebiet. Ich dachte, du wärst durch damit. Morgen zum Essen bin ich zurück. Hände hoch! Waffe runter! Bitte! Fünf, vier, drei, zwei, eins! Drück ab! Oder hör zu! Wir arbeiten alle für unterschiedliche Geheimdienste. Den amerikanischen, britischen, deutschen, kolumbianischen, chinesischen. Aber jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind. Halten wir ihn nicht auf? Beginnt der Dritte Weltkrieg. Wir müssen uns zusammentun. Ihr habt Kameras in euren Klunkern, Funk in den Ohrringen. Hier tummeln sich die Most Wanted der CIA. Ich mag das neue Team. Ab jetzt übernehmen wir. Alles unter Kontrolle? Du? Nein. Wir begeben uns in Gefahr, damit andere es nicht sind. Wir sind die 355. generationalealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale